Nachdenkseiten Die kritische Website Trosse Tro Genug ist genug Ein Kommentar von Frank Blenz Frankreich brennt. Die Menschen hassen ihren Präsidenten. Er tut ihnen nicht gut. Sie gehen auf die Straßen, sie protestieren, sie sind wütend. Sie wollen ein besseres Leben. Der Präsident will das nicht, zumindest nicht für sie. Er hat andere Auftraggeber. Seine Polizei dreht durch. Die Regierenden verlieren Anstand und Würde. Ein Gesetz, wie viele vorher, wird durch das Parlament gemogelt, ja gepeitscht. Es ist eines, welches dem Land, welches den vielen Bürgern schadet. Das Gesetz, die Umsetzung, die Anordnung, all das trägt der Präsident aus wie eine ätzende Verachtungsorgie gegen die eigenen Leute. Frankreich ist kein demokratisches Land mehr. Es ist keine stolze Grand-Nation. Die Wut der Menschen ist groß, dass wenige Mächtige sich anmaßen, über ein Volk zu bestimmen und es zu vertrösten und zu verhöhnen, wie einst, als den Armen geraten wurde, bei Brotmangel doch Kuchen zu essen. Doch arm sind nicht die Armen, arm und ärmlich sind die Reichen. Ein Foto schockiert. Der schwarz gekleidete Polizist in voller martialischer Montur, Helm, Handschuhe, Schutzausrüstung, Nahkampfmittel am Gürtel, Stiefel, holt mit aller Kraft aus und drischt seinen harten, langen Schlagstock gegen die Unterarme seines ihm gegenüber verharrenden Mitmenschen. Es ist ein junger Demonstrant. Der kauert sich gerade noch hin, das Gesicht schützen wollend. Was wohl dann passiert? Es nützte ihm wohl nichts. Die Wucht der Wut des Polizisten trifft den jungen Franzosen. Den Schmerz spürt der sofort. Allein Adrenalin, die enorme Stresssituation, lassen ihn noch reagieren und dann hoffentlich vor seinem Angreifer in eine Seitenstraße flüchten. Der Schläger und seine Schläger Kollegen, Polizist, Police, das Volk, sie toben weiter, ihr Auftrag, Einschüchterung, Gewalt gegen Demonstranten, zurückdrängen legitimen Protestes. Abends dann werden TV-Sender berichten, wie gewalttätig die Demonstranten waren. Der Präsident und die Seinen sind wütend. Sie toben ob des Widerstands im Land. Millionen gehen auf die Straße. Sie protestieren, sie blockieren, sie streiken. Ihr Stillstand dient als legitimes demokratisches Mittel gegen den Stillstand. Es geht längst nicht nur um die Rente, den der Präsident als Fortschritt verkauft. Für wen ist das ein Fortschritt? Es ist einer für die Reichen, deren Präsident er ist. Einen Kosenamen muss man sich verdienen. Den Namen Präsident der Reichen hat sich der schöne Mann aus dem Élysée schon lange verdient. Die Demonstrationen enden nicht. Die Staatsgewalt läuft darum zu Hochform auf. Wieder und wieder stürmen die Uniformierten im Auftrag des Präsidenten, meist in schwarz gekleidet und vermummt und behelmt in die Menschenmengen. Im ganzen Land. Filme sind weltweit im Internet zu sehen, wie professionell draufgeschlagen wird. Geschosse zischen durch die Szenerie. Pfefferspray strahlen, zischen in die Gesichter des Volkes. Die Uniformierten sind außer Wand und Band. Selbst in Kreisen der Polizei macht die Sorge die Runde, es könnte bald Tote geben. Die Lage eskaliert. Frankreich, das Land, das uns Deutschen nahe ist, denken wir an die schönen Dinge des Lebens. Das Land im Würgegriff der Ungerechtigkeit. Von wegen Liberté, Egalité, Fraternité. Mehr und mehr Pein gedeiht gegen die Menschen, die Einfachen, gegen die, die das tägliche Leben am Laufen halten. Alles, was kostet, das kostet mehr. Alles, was verdient wäre, das wird limitiert und von den wenigen, die mehr als genug haben, geizig verwaltet und selbst eingesackt. Es sind die, die an den üppigen Tischen sitzen, die sich freuen und die heftig Schlagstockschläge austeilen lassen. Mittelalter. Ich lese die Worte eines Freundes aus Frankreich, der die Lage ebenso bedrohlich empfindet, der ebenso wie ich wütend ist. Die Worte lesen sich wie ein Lagebericht, welchen es aus Polizeipräfekturen nicht geben würde. Zitat Die wachsende Aggressivität der jungen, sich politisierenden Akteure, die seit dem 16. März, es ist der Tag, an dem die Rentenreform per Dekret in Kraft gesetzt wurde, täglich auf die Straße gehen, liegt allerdings eher an der erneut aufflammenden Polizeigewalt gegen die gesamte Protestbewegung gegen Marcons Rentenreform. Weit über 1000 Verhaftungen, die durch illegale Polizeikessel zustande kamen und denen erniedrigende Formen der Verhaftungen folgten, sind zu registrieren. Die verhaftierende Rechtsgrundlage zeigt sich dann immer wieder darin, dass weit über 90% der Verhafteten ohne jede Form der strafrechtlichen Verfolgung wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Allerdings erst, nachdem man die Menschen 20 bis 48 Stunden in Untersuchungshaft gehalten hat. In den wenigen Fällen, die dann meistens doch noch in Schnellgerichtsverfahren abgearbeitet werden, erfolgen Verurteilungen aufgrund minimalster Indizien. Die Richter, Richterinnen handeln hier strikt nach dem Wunsch des Justizministers Dupont Moretti, der die Gerichte angewiesen hat, hart zu urteilen. Zitat Ende Millionen protestieren, ihr Präsident reagiert, verbissen, brandstiftend, billigend in Kauf nehmen, Schaden anzurichten. Eine Waffe kommt wieder zum Einsatz, international geächtet. Die Waffe heißt LBD. Was hat es damit auf sich? Mit der wird von Polizisten auf Menschen gezielt, auf Augen, auf Hände. Ab 2018 kam es zu vielen Verletzungen während der Polizeieinsätze gegen die soziale Protestbewegung der Gilles Jeans. Mit solchen Treffen werden die Gegner außer Gefecht gesetzt, eingeschüchtert, Macht demonstriert. Verletzungen sind ausdrücklich Ziel dieser Schüsse. Die Demonstrationen ebben nicht ab. Der Präsident zeigt Härte. Er will die Gendarmerie aufrüsten. 200 weitere Brigaden zur Durchsetzung seiner Politik sollen in den Kampf gegen die eigene Bevölkerung geschickt werden. Nebenbei, diese Polizeikräfte werden in Frankreich der Armee zugerechnet. Armee im Inneren. Viele fragen sich, ob der Präsident gar einen Bürgerkrieg in Kauf nimmt. Gewalt dient als Mittel der Politik. Der Präsident koppelt Formen von Gewalt gegen die eigene Nation. Zum einen ist sein Gesetz von mehr als drei Viertel der Bevölkerung als Rentendiktat betitelt. Gewalt, die behördliche, polizeiliche, die des Justizapparats und die schmerzhafte Gewalt gegen die Menschen auf den Straßen der Grande Nation. Und doch protestieren sie. Zahlen aus Frankreich deuten auf eine massive Beteiligung an den Demonstrationen hin. Der Rekordwert von über drei Millionen Demonstrierenden am 7. März wird überschritten werden. Paris 800.000, Marseille 280.000, Bordeaux 110.000 und so weiter. Quelle der Zahlen Sebastian Chala, Zahlen von den Streikorganisatoren. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.